Wenn ich die Nacht betrachte, habe ich das Gefühl, in Afghanistan zu sein. Mein Sohn hat die schönsten Moscheen, ganz abwärts doll. Und dann kam ich in Australien und in Deutschland, 30 Tage im Gefängnis. Die Welt ist groß, sagen Leute, aber sie ist nicht groß genug, vor meine Sorgen. Oh mein Gott, ich sollte zurück in Afghanistan lernen, aber es war so... Ich vermisse in Afghanistan, wie ich früher gelebt habe. Aber schade, jetzt ist es in Afghanistan nicht wie früher. Die Sequenz, die ich Ihnen jetzt vortragen werde, erzählt von einer Tänzerin, die heißt Mariam, auch meine Namensvetterin. Und sie lebte in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ich bin eine Frau, die wachsen. Ich habe mein Herz gefunden und ich werde nie zurückkommen. Ich bin ein v Budget. Ich bewege die Geräte bei Armour. Ich habe das gemacht. Ich bin ein bis zu klein. Ich bin ein beş. Wie hab das Bedeut этих angefangen wurde? Ja, warum kriegen Sie nicht?